Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen. Willkommen zu einer Ostern-Spezialausgabe hier aus dem Süden. Norden ist dazu geschaltet. Daniel Giering, ich grüße dich. Ich grüße dich, Klaus. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und wie hast du deine Osterfeiertage verbracht? Erzähl mal. Ja, wie habe ich meine Osterfeiertage verbracht? Also ich weiß gar nicht, was habe ich dann Freitag gemacht? Ich glaube, Freitag habe ich nur entspannt. Karfreitag, da war nicht so wirklich viel los. Habe dann abends noch eine Runde gesumt mit Freunden. Samstag habe ich dann Terrassenunterbau gemacht. Also das bedeutet, ich habe erstmal den Boden ausgehoben, den Mutterboden für meine Terrasse, die ich jetzt selber bauen möchte hier. Ist alles nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Das habe ich ja schon mal vorher gesagt. Also in den vorherigen Folgen habe ich noch ein paar Platten hingeschleppt und danach war ich eigentlich mehr oder weniger fertig. Das war mein Ostersamstag und Sonntag. Der Sonntag haben wir gegrillt. Dicken Steaks auf den Grill gehauen. Dickes Nackensteak. Du nacken. Ich habe gehört, Nackensteaks eignen sich besser zum Grillen als Kotelett, weil da mehr Fett dran ist, wenn es so trocken ist. Bei uns, bei uns hier im Süden ist das nicht so üblich, so zu grillen. Weißt du, was so ein Unterschied zwischen Ost und West ist? Toastbrot auf dem Grill. Machst du Toastbrot auf dem Grill? Ja. Das machen nur Ossis. Ah, wirklich? Im Westen überhaupt nicht. Krass. Im Westen überhaupt nicht. Da kennst du sofort, wer ein Ossi ist und wer ein Wessi ist. Toastbrot auf dem Grill hauen machen nur Ossis. Das ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen. Das ist sowieso eine coole Story. Ich habe hier unten das erste Mal gegrillt mit meinen Schwiegereltern. Und dann sagen die so, du kannst doch nicht grillen mit Holzkohle. Das macht doch Krebs und so. Aber ich habe gesagt, ist mir egal. Dann lebe ich halt fünf Jahre kürzer. Und zehn Minuten später standen da alle um den Grill rum. Ich will auch eine Wurst. Wenn die dann nicht mit Holzkohle grillen, mit was denn sonst? Na, Elektrogrill. Ach, Elektrogrill. Okay. Gas und Elektro. Ne, nur Elektro. Drinnen. War total uncool eigentlich. Aber jetzt haben wir das Grillerlebnis. Mein Schwiegervater ist ja Kunstschmied. Der hat jetzt so einen Schwenkgrill gebaut. Und jetzt ist das auch cool. Ja, ich hatte über Ostern ein bisschen anders bei mir. Ich habe hier eine Schaukel aufgestellt für meine Kiddies. Wir hatten ja perfektes Wetter hier im Süden, südlich von Stuttgart. Aber jetzt heute ist auch noch perfekt am Ostermontag. Ja, eigentlich viel zu schade, um drinnen zu sitzen. Aber irgendwie dürfen wir ja nicht. Und ja, muss man sich sonst irgendwie beschäftigen. Dann habe ich halt bei 30 Grad im Schatten eine Schaukel betoniert. Das ist auch mal cool. Oberkörperfrei, oder? Natürlich. Für die Menschen müssen wir auch was sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dafür trainierst du dann immer auf der Rudermaschine, oder was? Ja, genau. Dafür muss ich ja trainieren. Das Ziel von Sport ist eigentlich nur, nackt gut auszusehen, weißt du? Ist das so? Ja, klar. Nackt gut aussehen. Mehr ist doch nicht. Ist ja egal, wie viele benchtst, Mann. Hauptsache, du siehst nackt gut aus. Cool. Oh Gott, ey. Wenn du das mal anguckst, von Adolf Schwarzenegger, dann weißt du auch, sind so ein paar coole Sprüche in der Beine, ey, ey, ja. Ja, jetzt wollen wir jetzt mal abwassern, ne? Ja. Hast du irgendwas gemacht die letzten drei Tage? Ich überlege gerade. Ne, Rohre habe ich nicht verlegt. Ich lasse meine versiegelte Fläche von der Terrasse, lasse ich so verrieseln auf dem Hof. Da verlege ich nichts. Du bist voll unter den Bus geschmissen, Alter. Rohre hat er nicht verlegt. Ich überlege gerade. Habe ich irgendwas mit Abwasser gemacht? Also ich fahre nur natürlich auf Toilette, aber ansonsten habe ich, glaube ich, nichts gemacht. Ne, ich auch nicht. Eigentlich hätten wir mal seinen Revisionsschapen öffnen können. Kennst du das eigentlich? Jedes Mal, wenn ich meinen Rasen mähe, ne, komme ich mit meinem Rasenmäher am Revisionsschapen vorbei und denke, eigentlich müsstest du da mal reingucken. Ne, wie, nicht, dass sich die Kacke da drinnen ganz hoch stapelt, aber irgendwie habe ich Schiss, davor da reinzugucken. Wenn es dann wirklich irgendwas kaputt ist, dann kostet es gleich einen Speil Kohle. Und ich glaube, deswegen würde das auch keiner sehen, was da unter der Erde ist. Also genau das Gleiche habe ich auch mit meinem Vater. Also ich wohne ja hier nur zum Mieter. Und mein Vater oder meine Eltern haben halt ein richtiges Grundstück. Der hat auch so einen Revisionsschacht. Der hat zwei Stück. Einmal einen großen Revisionsschacht und dann halt mal so einen kleinen Revisionsschacht, so einen Opreneurschacht und dann auch mit einer Rückschlagklappe drin. Dann sage ich, ich will die unbedingt mal aufmachen. Den großen durfte ich schon aufmachen. Und dann wollte ich immer den kleinen Revisionsschacht aufmachen mit der Rückschlagklappe drin. Dann sagt der immer, ne, da machst du nichts dran. Die funktioniert, die Rückschlagklappe. Ich will nicht, dass da einer beigeht und die danach nicht mehr funktioniert. Und ich will gar nicht sehen, was da drunter ist. Genau, ich habe immer so einen Schiss, wenn ich meinen Revisionsschacht aufmache und da liegt so eine riesen Bergscheiße drin. Und ich denke immer nur, die Scheiße fließt ab, die Klospülung drückst drauf und das Zeug fliegt weg. Ich will nicht wissen, was da los ist. Eigentlich müssten wir aus dem Abwasserbereich gerade gucken. Aber ich dachte, die Großteil der Bevölkerung ist denk genauso, wie ich es hier gerade gesagt habe. Weil wenn du ein Loch irgendwo bunt bist, dann wird es gleich richtig teuer. Deswegen, solange das Zeug abfließt, wenn man auf die Klospülung drückt, ist alles gut. Tja. Ist ja auch so ein Riesenthema im Abwasserbereich. Dichtheit von Hausanschlüssen und so. Der Hausanschluss, dass das Wasser immer schön nicht im Boden versickert und im Kanal abgeleitet wird und dass kein Fremdwasser reinläuft. Was denkst du eigentlich, wo der größte Teil des Fremdwassers herkommt? Aus den Hausanschlüssen oder doch wirklich? Ich denke, 50 Prozent kommt aus den privaten Grundstücken und 50 Prozent ist im öffentlichen Bereich. Vielleicht sogar mehr im privaten Bereich. Der größte Bereich der Kanäle liegt ja im privaten Bereich. Aber wirklich wissen, es ist bestimmt auch von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Also das ist meine Erfahrung so bei Fremdwasserprojekten zum Beispiel, dass bei manchen Kommunen kommt das, gerade wo das Grundwasser hoch ist, kommt das über Infiltration, über Hausanschlüsse vielleicht rein. Bei manchen ist es, weil die Kanäle sehr kaputt sind. Es gibt ja auch spezielle Situationen in die Stadt Pforzheim zum Beispiel. Da ist es ja auch so, dass die im Krieg sehr zerbombt wurden. Dann wird das nicht nie richtig saniert. Man hat einfach wieder drauf gebaut und es hat noch viele Anschlüsse, wo man gar nicht weiß. Es kommt halt auch viel Wasser rein. Aber das ist halt immer von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Habe ich Mischsystem, habe ich Trennsystem? Ja, so muss man das vielleicht auch sehen. Manche, gerade im Osten, sind ja auch viele Kanäle jetzt so viel neuer. Da sollte es nicht so viel Fremdwasser eigentlich geben. Aber auch da, naja, gibt es viele Themen damit. Jetzt sind wir vom Hauptnetzen ins Tausende gekommen, Daniel. Aber eigentlich wollten wir über etwas anderes reden heute. Wir haben uns ja überlegt, wir haben heute leider heute keinen Gast, weil wir heute keinen nerven wollten. Daniel, was gucken wir uns heute an? Ich habe gehört, beziehungsweise habe ich in den letzten Tagen die Korrespondenz Abwasser bekommen. Dort in dieser Korrespondenz Abwasser in der KA ist auch noch ein Heftchen. Vielleicht kannst du uns das mal genau erläutern, was das überhaupt ist. Achso, genau. Ich habe mir die auch mal hier geholt. Die April-Ausgabe ist das ja, ne? Genau. Und es ist eigentlich sehr viel Stoff immer drin, wer jetzt im Abwasser unterwegs ist. Eine KA nennen wir das. Das heißt, kurz für Korrespondenz Abwasser. Das heißt, wenn man Mitglied in der DWA ist, die Deutsche Vereinigung für Abwasser und Abfall, dann bekommt man als Mitglied diese Zeitung. Die meisten, die nicht selber Mitglied sind, da kriegt die Firma das und dann geht es in der Firma rum. Wir sind ja selbst persönliche Mitglieder, Daniel, du und ich. Ich glaube, das kostet 100 Euro im Jahr, ne? Ungefähr sowas. 100 Euro im Jahr. Als junges Mitglied, also als studentisches Mitglied nur 20, aber als ordentliches Mitglied, was wir sind, glaube ich, 100 Euro. Bei uns zahlt das ja die Firma. Da kriegt man einmal im Monat die KA. Korrespondenz Abwasser. Und da sind so aktuelle Themen drin. Man kann selber auch Artikel schreiben. Die ist jetzt mittlerweile im 67. Jahr, also gibt es schon ewig. Und die besteht meistens, ist das nur die KA. Jetzt ist aber einmal im Quartal gibt es auch das kleine Heftchen dazu, die KA Betriebsinfo. Und die Korrespondenz Abwasser ist mehr so, ich sage mal, für die Ingenieure oder für die Studierten oder Doktoranden oder Professoren sehr technisch gehalten. Und die KA Betriebsinfo ist halt eher die Zeitung für den Praktiker, ne? Sag ich mal. Da sind eher Berichte aus der Praxis drin. Und die gibt es auch nur einmal im Quartal. Ja. In der KA stehen auch noch ein paar, ich weiß nicht, paar juristische Hinweise und sowas, ne? Was ich da vielleicht teilweise jetzt getan habe hinsichtlich Gebührensatzung. Ja, können wir gerne mal machen, ne? Also meistens ist ja, das ist mal eine Frage, Daniel. Was hältst du eigentlich davon? Früher war ja auf dem Deckblatt immer das Hauptthema. Jetzt ist das Deckblatt fast komplett eine Werbung nur noch, ne? Links stehen ja die Themen und das Titelblatt ist Werbung. Was halte ich eigentlich davon, ja? Also ich war schon sehr verwundert, dass es jetzt hier Werbung ist, sodass diese, ich sag mal, ja, praxisrelevanten Teile dann sehr klein dargestellt werden. Aber wahrscheinlich wird so nur noch die Zeitschrift finanziert. Ich habe mal einen gefragt, der mal eine Werbung geschaltet hat. Das kostet, soweit ich weiß, irgendwas Richtung 10.000 Euro da die Titelseite. Werbung zu schalten, ne? 10.000 Euro, okay. Ich weiß nicht genau, ne? Ich wollte ja auch nicht genau sagen, wer das gemacht hat, ne? Das war damals, ich weiß gar nicht, das war ein Durchflussmessgerät oder ein Abwassermessgerät war drauf, ne? Und da habe ich einfach mal gefragt, weil ich den kannte von der Firma und der hat mir dann gesagt, das ist schon teuer, aber hat sich auch gelohnt, dass viele angerufen haben anscheinend dazu. Aber seit wann ist denn jetzt die Werbung drauf? Ich weiß gar nicht, seit ein, zwei Jahren ist das jetzt drauf, ne? Okay. Auf der Titelseite und das kann man, ist wohl auch ausgebucht und soll wohl gut angenommen werden. Man muss sich ja vorstellen, es gibt, glaube ich, 10.000 so eine Zeitung, die geht, ne? 10.000 Mitglieder hat die DWA, glaube ich, oder 15.000, ich weiß nicht genau. Und jeder kriegt so eine Zeitung, ne? Ja. Kannst die auch abonnieren, glaube ich, wenn man nicht Mitglied der DWA ist, aber so kriegt man sie halt, wenn man Mitglied ist, kriegt man die halt kostenlos zugeschickt. Da sind halt dann interessante Themen drin. Können wir einfach mal durchgehen. Also am Anfang hat man meistens einen Gruß von der Redaktion. Also die Reichweite ist schon relativ groß dann, ne? Also wenn du 10.000 Mitglieder hast und da als Firma wirbst, ist das schon viel, ne? Ja, ich meine, vor allen Dingen, wenn du die Titelseite sieht ja jeder, ne? Also die Titelseite kommt jeder an. Ich weiß jetzt nicht, ich gehe jetzt mal durch, man braucht meistens eine Viertelstunde also so im Schnitt, ne? Manchmal ist es ein interessanter Artikel, dann gucken wir auch mal länger. Manchmal ist es auch ein bisschen kürzer, wenn jetzt nichts Interessantes dabei ist. Und überfliegt die halt so ein bisschen, ne? Dann gucken wir auf der ersten Seite. Ja, so gehe ich die eigentlich auch durch. Ich gucke immer auf die Inhaltsangabe, was da so für Themen drin sind. Aufs Deckblatt gucke ich natürlich und was dann Links für Themen dargestellt sind. Und wenn da immer was Interessantes dabei ist, dann lese ich mir den Artikel schon durch. Also es kommt wirklich auf die Themen an, die da drin sind. Also so geht's mir. Deswegen kann ich das gar nicht einschätzen, wie lange ich da im Durchschnitt brauche. Dass man am Anfang einen Gruß aus der Redaktion hat. Meistens ist der Johannes Lohaus, unser Geschäftsführer der DWA, erzählt da ein bisschen was. Da hat man am Anfang so ein bisschen Spektrum, also Bericht aus der Presse so. Was ist aktuell? Was entscheiden die Ministerien? Welche Förderprojekte gibt es gerade? Es ist meistens ganz interessant, was für Förderrunden es da so gibt. Und dann gibt es Artikel, ne? Also dann kann man hier selber auch Artikel einreichen. Und die Redaktion entscheidet sich dann. Hier steht jetzt zum Beispiel über Digitalisierung 4.0. Manchmal über Querschlamm. Hier ist ein Reisebericht von der WEVTEC und so weiter. Immer mit auch ein bisschen Werbung mit drin. Ich glaube, unsere Firma Unitechnics schaltet ja da auch, glaube ich, in jeder KA. Werbung für uns, damit die Leser uns auch nicht vergessen. Diesmal ist noch ein bisschen was Aktuelles zu Corona drin, wie man sich verhalten muss, Hygieneschutzmaßnahmen und so weiter. Hier ist noch was über Kanalzustandserfassung. Also alle möglichen Themen werden hier zusammengestellt. Man kann auch selber Artikel einreichen. Man muss aber schon den Anspruch haben, dass man auch Quellen so angibt, wie man sie verwendet hat. Dann wird hier genannt, wer eingereicht hat und wer nicht. Und am Ende in der KA hat man dann meistens noch so aktuelle Themen, also Veranstaltungen, Merkblätter. Also die DWA gibt ja auch Arbeitshilfen raus. Also wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie man eine Kläranlage planen hat, dann kann man bei der DWA sich das Arbeitsblatt Kläranlagenplan runterladen oder kaufen für, was weiß ich, 100 Euro. Und dann weiß man, dann steht da drin, wie man eine Kläranlage plant, wie man einen Kanal plant oder saniert und so weiter. Und da sind dann Arbeitsgruppen, die da dran arbeiten und dann wird hier in der KA veröffentlicht, was so der aktuelle Stand ist, was sich geändert hat, dass man halt die Leser auch mitreden können. Hast du eigentlich schon mal rausgesucht, welche Arbeitsgruppe du mal mitarbeiten würdest gerne? Ich ne. Habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich habe noch eine Frage hier zu dieser Zustandserfassung, die du eben gerade auch kurz angeschnitten hattest. Aber das ist das nicht, was bei den Berliner Wasserbetrieben da gerade gemacht worden ist. Mir hatte da nämlich auch ein Kanalnetzbetreiber erzählt, dass die Berliner Wasserbetriebe gerade mit einer neuartigen Kamera Kanäle befahren, wo man so 360-Grad-Ausnahmen sieht. Ja, die 360-Grad-Kamera haben die testweise im Einsatz gerade. Das hast du aber nicht jetzt hier, oder? Das machen die zusammen mit dem Ingenieurbüro SIEKA, habe ich gelesen. Okay. Das bleibt das Geheimnis. Nicht, dass das Geheimnis da ist. Musst du rausschneiden. Wirklich jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß jetzt das Geheimnis. Schneid das mal lieber raus. Schneid das raus. Ja, das hat doch ein Kanalnetzbetreiber mir doch sogar selbst erzählt. Okay, dann ist es nicht geheim. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben ja selber auch schon mal sowas probiert mit einer Fischaugen-Doppelfischaugen-Kamera. Hat er das Problem, dass wenn du außen eine Hülle drum hast, dann spiegelt die Beleuchtung zurück und dann sieht man nicht so viel. Ja, ansonsten, was ist hinten noch drin? Veranstaltungen, die aktuell läuft und Veranstaltungsberichte. Ich bin auch zum Beispiel mit drin. Auf Seite 307. Der erste Stammtisch der jungen DWA in Karlsruhe ist da stattgefunden. Hat der Jensen ein Bild reingestellt. Oh, da war so ein Ami dabei. Der hat den geilsten Pornobalken der Welt. Leute, das müsst ihr euch angucken. Ja, Seite 307 links unten. Das Bild müsst ihr euch angucken. Gibt es denn hier für neue Erkenntnisse von den DWA-Merkblättern, die jetzt hier überarbeitet worden sind? Hast du dir da schon was angeschaut gehabt? Überarbeitung des Merkblattes. Ich weiß aber nur, worum das geht. Die Überschrift. Und wenn mich die Überschrift interessiert, gucke ich mal ein bisschen rein. Ansonsten eher nicht. Also ich bin ja selber auch Mitglied in einer Arbeitsgruppe. In der Arbeitsgruppe 154. Da kümmern wir uns um Geruch aus Abwasseranlagen. Ich habe da auch einige Beiträge mit beigesteuert. Das ist eigentlich ganz schön. Da trifft man aus verschiedensten Abwasserbetrieben, Ingenieurbüros oder von Universitäten Leute. Da trifft man sich einmal im halben Jahr und diskutiert, dass man Themen voranbringt, um anderen auch zu helfen und so weiter. Und einfach auch sein Netzwerk ein bisschen aufzubauen. Also wer da Interesse hat, einfach auf der DWA-Webseite mal schauen. Da gibt es einen Link. Da kann man sich die einzelnen Arbeitsgruppen angucken. Und als Gast darf man eigentlich an jeder teilnehmen. Und wenn man sich da bewirbt, wird man auch normalerweise eingeladen. Also kann ich nur empfehlen. Mitarbeiten kann man sich ein bisschen vernetzen in dieser Vereinigung. Ja und am Ende der KA gibt es dann noch was über Personalien. Der Professor Pinnekamp ist ja in Rente gegangen, jetzt 65 geworden. Und was ganz wichtig ist, der Manfred Fischer ist 80 geworden. Ich habe ihm auch zum Geburtstag gratuliert. Und der Manfred Fischer ist ganz wichtig. Der ist ja ein Urgestein in unserer Abwasserbranche oder auch in der DWA, vorher ATV. Und der, das ist jetzt wieder für die KA interessant, der ist nämlich Schriftführer für die KA Betriebsinfo. Okay. Also das, was man hier sieht, die KA Betriebsinfo der Einleger einmal im Vierteljahr, das macht der Manfred noch. Ganz toller Typ, klasse Mensch. Wenn man den mal trifft auf einer DWA-Veranstaltung, einfach mal ansprechen. Der freut sich immer, neue Leute kennenzulernen. Und vor allen Dingen auch, wenn man ihm Themen reingibt, kannst du ja mal drüber gehen über dieses Thema, was so der Inhalt von dieser Betriebsinfo ist, Daniel. Ja, also auf der Betriebsinfo, das ist praktisch das Beiheft ist, so KA, was dann einmal im Quartal, meintest du, miterscheint. Im Quartal gibt es das. Ist ein Biber draufzusehen? Ist das ein Biber oder ein Stinktier? Das ist ein Dachs, Mann. Das ist ein Dachs. Oh Gott, die Jugend von heute. Ey, ohne Witz, ich habe übrigens eine riesige Schwäche, Tiere zu erkennen. Kann ich mal eine kurze Anekdote erzählen. Ja, meine Verlobte, die ist sehr, sehr tierbegeistert und ich eigentlich eher weniger so. Und da sind wir mal auch zu Freunden gegangen auf dem Hof und die hatten da einen Kalb stehen. Ja, ein Kalb, genau. Und ich habe gefragt, was denn das für ein Pferd? Ey, Daniel, das ist das Geilste. Biber ist gleich Dachs. Ey, das weiß ich. Durch dritte Klasse oder zweite Klasse gab es Dachs als Tier des Waldes. Hat lange Krallen, macht Winterschlaf und was weiß ich. Aber Biber ist auch ein gutes Stichwort. Weißt du eigentlich, dass ich mal auf der Titelseite war? Also nicht ich, sondern ich mal das Titelbild für diese Ka-Betriebsinfo gestellt habe. Weißt du das eigentlich? Nee, hast du noch die Ausgabe? Dann kannst du mir mal zusenden. Ja, die habe ich bei mir auf dem PC in digitaler Form. Und zwar haben wir mal von Unitenics aus, haben wir mal so Wasserverschlüsse in Schächte eingebaut. Und dann habe ich mal gesagt, ich muss auch mal probieren, so einen Artikel da an die Betriebsinfo zu senden. Natürlich auch ein bisschen Werbung und so wollte ich auch machen. Und dann habe ich mit dem Ingenieurbüro zusammen einen Artikel geschrieben. So in eine Seite nur oder so. Und dann habe ich das an den Manfred Fischer, das habe ich nicht auch kennengelernt. Habe ich das an den geschickt und dann war ich ganz überrascht. Dann schrieb er mir zurück, das ist ja ein geiles Thema. Klaus, wenn du mir auch noch, also wir waren damals auf Sie, jetzt über auf Du, aber er hat ja damals geschrieben, wenn Sie auch noch ein Bild von einem Biber haben, dann nehme ich das auf die Titelseite. Und dann hat er das echt gemacht. Dann habe ich ihm ein Bild von einem Biber besorgt. Habe ich natürlich sogar 200 Euro bezahlt, weil ich unbedingt auf diese Titelseite raus wollte. Und dann hat er das auf die Titelseite genommen. Und dann war auf der Titelseite so ein Biber drauf. Warum war der drauf? Also wir haben quasi ein Problem gehabt, dass so ein Biber so einen Fluss immer aufgestaut hat. Und neben dem Fluss war der Hauptsammler von der Gemeinde. Und dadurch, dass der Biber dort einen Damm gebaut hat, ist das ganze Wasser von dem Fluss in die Schächte von diesem Sammler reingeflossen. Dann habe ich mich getroffen mit dem Fachbüro für Biberfragen. Das gibt es hier in Baden-Württemberg, eine Frau Settele. Die hat gesagt, nein, den Biber können wir nicht umsiedeln und so, der muss da bleiben. Der Bauer wollte die Schächte auch nicht erhöhen. Und dann haben wir da so Kunststoffteile reingebaut, die dann halt, wenn da Wasser reinläuft, das verschließen, diese Schächte. Und das war der Artikel und das hat dann der Manfred veröffentlicht als Praxisbericht auf der Titelseite. Das ist, glaube ich, auch schon drei, vier Jahre her mindestens. Da bin ich ganz stolz drauf, heute noch. Titelseite von der Betriebsinfo. Also ich hatte mal einen Kanalnetzbetreiber oder Kläranlagenbetreiber, der wurde vom Biber geärgert, sagen wir es mal so. Beim Kläranlagenausbau hat der Biber direkt seinen Biberdamm, oder wie nennt man das Biber, keine Ahnung, Biberdamm, gebaut. Und das hat den Kläranlagenauslauf minimiert oder eingeschränkt. Dann ist das zurückgestaut. Das ist praktisch der Füllstand in der Kläranlage ein bisschen höher gestaut. Das hat dann aber bis zum völligen Verschluss des Kläranlagenauslaufs geführt. Und die konnten den Biberbau nicht einfach zerstören. Und wie der Wassermarsch sagt, das ging hoch bis zu unserem Landwirtschaftsminister hier in MV. Und der ist dann hingekommen und irgendwann hat man sich, glaube ich, temporär dazu entschieden, so einen Umlauf zu bauen. Ich habe das nie gesehen, ich habe das bloß vom Hörensagen. Einen Umlauf gebaut um den Biberdamm. Aber der Biber will ja dann, der braucht ja das Wasser, ne? Dann baut er so einen Umlauf, im Bypass baut er dann den Damm. Ich habe keine Ahnung, wie das nachher ausgegangen ist, auf jeden Fall. Nicht nur raus, nicht melden, sondern gleich schießen. Oh, das habe ich nicht gesagt. Ne, also ich glaube, der Biber wurde nachher auch umgesetzt oder so. Keine Ahnung. Das war bei der nachher ein ziemlich politisches Thema. Die meisten, die ich kenne, haben eigentlich die Meinung, dass Biber im Kanalsystem nichts zu suchen haben. Das ist kein Lebensraum. Naja, also von der Inhalt, von Biber, wollen wir den mal durchgehen noch? Dann erzähl mal, was ist da so drin in der Betriebsinfo? Was ich hier Interessantes gefunden habe... Bis auf die Biberdachs. Also was ich hier Interessantes fand, war der Einblick in den Drogenkurs. Konsum der Bevölkerung. Das fand ich doch schon eine relativ interessante Studie. Oder die sind hier im Aufbau der Studie. Wie bitte? Wer kogst denn am meisten? Ja, so ungefähr. Also man kann irgendwie durch die Abwasseranalytik verschiedene Inhaltsstoffe herausfinden. Also zum Beispiel werden Kokain, Amphetamine, Methamphetamine oder MDMA und Cannabis untersucht im Abwasser. So steht es hier drin. Und da gab es immer so eine europaweite Studie. Und Spitzenreiter hier bei dieser Studie ist Barcelona, so wie das aussieht, oder? Barcelona und dann natürlich Amsterdam oder Holland. Da denke ich, das ist eigentlich gleich Holland, ne? Ja. Ja. Aber so ist auch krass, ne? 1000 Milligramm pro 1.000 Einwohner pro Tag. Über 1000 Milligramm hat Barcelona pro Einwohner pro Tag. Von Italien. Das heißt, jeder Milligramm. Ja, Hamburg und Berlin auch, ne? Also Hamburg und Berlin haben, Hamburg hat 500 Milligramm pro 100.000 Einwohner, äh, pro 1.000 Einwohner pro Tag. Bei 400, ne? Ja. Ja. Da fuchsen sich alle zu. Gott sei Dank haben die nicht Mötzingen und Schwerin genommen, Daniel. Alter. Ja. Wohlschuld. Das ist wahrscheinlich so ein Riesenball. Da wäre die ganze Karte voll hier, die Anschaukarte, wo man das hier sehen kann. Krass. Ein Quatsch. Ja, ansonsten. Ich glaube, ich muss eine Schachteinlauftonne. Kann man sich auch mal angucken. Also es gibt immer interessante Neuigkeiten hier, auch aus der Praxis. Kleiner Spoiler, ich kann nur die nächste Betriebsinfo im Juni empfehlen. Da hat ein gewisser Klaus Yilk ein Artikel geschrieben, über Fettabscheider. Wirklich? Ja. Das ist schon, das ist ja immer, drei Monate im Voraus ist es immer schon klar, was veröffentlicht wird. Also wenn man dann einen Artikel veröffentlichen will bei Manfred, muss man sechs Monate vorher eigentlich schon sich anmelden. Mein Artikel hat er im Juni reingenommen, über meine Masterarbeit. Okay. Dann schalte ich mir mal Artikel auf der letzten Veranstaltung, habe ich ihm das geschrieben und dann hat er das, er redigiert das auch. Also man muss auch keine Angst haben, dass man irgendwie schlechten Artikel, er sagt einem dann, schreibt das mal ein bisschen anders, schreibt das mal um oder macht auch Vorschläge. Also es ist total super. Also kann ich nur empfehlen, bei Manfred einfach mal was hinzuschicken. Er freut sich auch über jeden, der ihm hilft, Inhalte zu füllen und es gibt dann auch so eine Rangliste, wer die meisten Sachen einreicht. Zum Beispiel die Frau Jilg, nicht verwandt und nicht verschwägert mir aus Schwabach bei Nürnberg. Die ist so eine der am meisten einreichenden Teilnehmer, habe ich mal gehört. Die ist auch in der Werbung von Unitechnics natürlich drin. Was ich noch irgendwie cool fand, war der Tatort Kläranlage hier. Okay. Die Bemalung oder das Graffiti. Ja, die Stadträten, jeder hat hier was gepostet, ne? Achso, und dann hier noch auf der letzten Seite steht noch was drin über Corona in der Abwasserwirtschaft, ob das Betriebspersonal dadurch infiziert werden kann, weil man ja Rückstände von dem Coronavirus im Abwasser findet oder finden kann. Das steht hier drin, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, dass keine Infektion stattfindet. Also ich höre immer noch diesen Podcast, weißt du, von diesem Drosten, von diesem Virologen vom NDR und der hat das auch nochmal gesagt. Das Virus ist einfach nicht mehr infektiös. Also das steckt das Betriebspersonal dann wahrscheinlich auch nicht mal an oder kein andere Mensch. Die haben ja sowieso mit vielen Erregern zu tun und das ist ja im Abwasserbereich sowieso schon eines der größten Probleme, dass man mit Erregern zu tun hat, die im Abwasser nun mal drin sind. Das sind die Ausscheidungen von uns und ja, die Bakterien, die da drin sind, die können auch zum Beispiel beim Kanal reinigen, wenn es durch dort Aerosole bilden, natürlich die Mitarbeiter einatmen, ne? Deswegen gibt es ja auch ganz viele Schutzmaßnahmen dagegen, aber ich persönlich, meine persönliche Meinung dazu ist, dass auch ein großer Grund ist, dass wir ein super Immunsystem haben, dass wir halt ständig mit diesem Medium Abwasser in Kontakt sind, ne? Dann muss ich schon ehrlich sagen. Ich glaube schon, dass mein Immunsystem im Durchschnitt besser ist, als das von jemandem, der zum Beispiel in der Leiterplattenindustrie arbeitet, ja? Wo ich ständig im Reinraum bin. Könnte sein, ja. Mehr finde ich jetzt hier nicht in der Betriebsinfo. Man hat noch so ein paar Hinweise auf Veranstaltungen am Ende. Aber es ist auch immer das Interessante, also ich bin fast, ich bin so ein bisschen hergerissen. Ich bin ja auch, wir sind ja auch im Praktischen unterwegs und ich freue mich immer besonders auf diese Betriebsinfo eigentlich, weil ich die Praxis näher finde. Und deswegen freue ich mich auch immer an meinem Quartal, wenn die Betriebsinfo mit dabei ist. Ja, also Daniel, da kann man eigentlich zusammenfassen, ne? Die KA ist eigentlich schon ein bisschen rückständig, ne? Weil viel macht man ja digital, aber bei uns in der Abwasserbranche ist es halt immer noch so, dass diese Zeitung so das Hauptkommunikationsinstrument für Neuigkeiten in unserer Branche ist, ne? Daniel, ich frage dich aber mal, findest du das gut so? Hast du eigentlich zufälligerweise, ob man die KA auch als E-Book bekommen könnte? Also wenn man da jetzt, wenn man die abonniert hat? Da musst du aber die Mitgliedsnummer und so weiter haben, deine Zugangsdaten haben, dann kannst du dir die auch runterladen in digitaler Form. Okay, ja. Das wäre natürlich mal eine Verbesserung, ne? Ich kenne das nämlich so, wenn du jetzt irgendwie ein PDF hast, ich habe ein Kindle als E-Book-Player, als E-Book-Reader und da kannst du dir dann auf deine, weiß nicht, deine Amazon-E-Mail-Adresse, kannst du dir dann praktisch dein PDF direkt als Kindle-E-Payback konvertieren. Und wenn man diese E-Mail-Adresse direkt bei der DWA angeben könnte, die einer es dann direkt auf den E-Book-Reader sendet, ist natürlich schon eine Verbesserung, oder? Ich glaube, dann würde ich das auch ein bisschen intensiver lesen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir mal vorgenommen, jeden Morgen beim Kaffee mir die Zeitung vorzunehmen, wenn die draußen ist und das durchzulesen, aber man kommt irgendwie nicht dazu, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich hatte mir das wirklich fest vorgenommen und mir ist jetzt wieder so ein bisschen bewusst geworden, und man muss sich mehr mit der Thematik beschäftigen. Ich würde fast sagen, dass die KA, also nicht die Betriebsinfo, nicht dieses Blatt, was da drin steckt, sondern das, was außen drum liegt, das ist gesamtwirtschaftlicher gesehen. Wenn man sich da intensiver reinlesen würde, kann man gut mit aufnehmen, was gerade so los ist in der Wasserwirtschaft. Das ist mir jetzt nochmal so ein bisschen mehr bewusst geworden und dass man vielleicht so eine beschränkte Sichtweise hat. Auch wir, die jetzt einem Zweig unterwegs sind, insbesondere Kanalnetz. Warum hast du denn noch nie einen Artikel eingereicht, Daniel? Also ganz im Ernst, mir war das nie so bewusst, dass ich persönlich dort einen Artikel einreichen darf, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber jetzt weißt du es ja, ne? Jetzt weiß ich es. Du würdest eher auch in die Betriebsinfo was einreichen, ne? Also ich werde mich heute Abend noch direkt hinsetzen, einen Artikel schreiben. Und zu was? Ich werde schon ein Thema finden. Okay. Dann bin ich gespannt, von dir mal einen Artikel zu lesen, Daniel. Von mir? Muss ich den alleine schreiben oder kann ich mir da irgendwie, ich sag mal, mehr Know-how mit hinzuziehen? Du darfst halt keine Werbeartikel schreiben, ne? Also Firmen wollen ja gerne natürlich ihre Sachen da gerne drin lesen, aber es sollte halt was Interessantes sein für die Abwasserbranche, was auch in der Betriebsinfo für die Praktiker interessant ist. Da achtet der Manfred Fischer zum Beispiel ganz drauf und in der KA, das ist der Dr. Frank Brinewski, der ist da der Chefredakteur und da ist es schon ein bisschen höherer Anspruch auch an die Wissenschaftlichkeit, ne? Also das ist ja auch, zählt ja auch als Veröffentlichung ganz so weit, ne? Wenn man dort was veröffentlicht hat. Okay. Ich habe jetzt für beides schon Artikel geschrieben. Ich sage, für die KA ist das deutlich aufwendiger, muss man ehrlich sagen. Also würde ich denn anfangen mit der Betriebsinfo? Würde ich dir empfehlen, wenn du eine interessante praktische Sache hast, kannst du das gerne veröffentlichen. Wichtig ist noch immer, dass du jetzt nicht von der Firma aus veröffentlichst, sondern möglichst, wenn du es zum Beispiel mit irgendjemandem zusammen gemacht hast, dass dann eine Kommune das veröffentlicht wird. Das ist immer lieber, als wenn man das jetzt Firmen macht. Sonst so werbemäßig rüberkommt, ne? Ich sehe das ja auch so, ich lese das Ding auch immer morgens, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Das liegt bei mir manchmal eine Woche rum. Und das Wichtigste ist mir eigentlich immer, dass ich immer die Artikel durchlese, dass ich nicht von irgendeinem Kumpel von mir, den ich kenne, irgendwas veröffentlicht ist und ich habe den Artikel nicht gelesen. Dann fragt er mich, und hast du meinen Artikel gelesen in der KA? Und ich dann sage, welchen Artikel? Das ist dann immer peinlich. Deswegen will ich auch immer schon wissen, gucken wir auch mal an, wer die Artikel veröffentlicht hat, dass ich dann auch von denen, die ich kenne, das mal durchlese. Haben wir es, oder? Ich hätte gesagt, wir müssen beim nächsten Mal mal darauf eingehen, was die DWA ist, oder? Ja. Daniel, was sagst du? Oder hast du eine andere Idee? Ich überlege halt, vielleicht könnte man beim nächsten Mal ein Thema mal in den Vordergrund stellen. Also, dass wir wirklich sagen, okay, jetzt sprechen wir mal komplett inhaltlich auf oder über das Thema zum Beispiel Fettabscheider. Du bist doch mit Fettabscheider jetzt in der Betriebsinfo. Das ist doch ein guter Übergang. Das ist erst im Juni, das ist ja, dann nimmt man ja alles vorweg, dann liest ja keiner mehr die Zeitung. Ach ja, wir sind ja nächste Woche schon in der Sendung. Wolltest du dann alle schon sagen, habe ich doch über Abwasser-Podcast schon gehört. Genau. Abwasser-Podcast schon gehört. Können wir aber auch machen. Also Fettabscheider ist ja mein Herzensthema, sage ich mal. Da kann ich dir erzählen von vorne bis hinten, warum Fettabscheider eigentlich Quatsch sind mittlerweile, warum man da optimieren muss und auch wie man das machen kann. Ja, könnte man eigentlich mal machen in einer separaten Folge. Aber ich würde beim nächsten Mal trotzdem mal die DWA nochmal zum Thema machen. Da mal ein bisschen was erzählen für die Leute da draußen. Vor allen Dingen auch, wie man da mitmachen kann, was die junge DWA ist, würde vielleicht auch mal passen, oder? Wir können auch, ja, das können wir gerne machen. Also wir können auch beim nächsten Mal in unserer Kategorie Abwasser einfach, und jetzt habe ich auch das Feedback von unseren Zuhörern nochmal mitgebracht, nicht einfach erklärt, sondern wir nehmen einfach das schöne Wortspiel einfach geklärt, Abwasser einfach geklärt. Was hältst du davon? Ich bin sehr begeistert. Wenn unsere Zuschauer das vorschlagen, dann müssen wir das natürlich machen. Das ist ja klar. Da können wir doch gerade mal für unsere... Wir sind ja die Hände da draußen, und wenn ihr sagt da draußen an den Rundfunkgeräten, wir müssen das machen, dann machen wir das. Wir können auch für unsere jungen Zuhörer dann einfach mal erklären, wie das Netzwerk der DWA funktioniert, was wichtig ist, wie man sich vielleicht als, ich sag mal, nicht nur als junger Abwasserwirtschaftler, sondern vielleicht auch als älterer nochmal mit einbringen kann, wie man vielleicht Anteil daran hat und wie man sich vernetzt. Das kann man ja wirklich mal kurz darlegen. Ja, das sollten wir vielleicht machen. Ich überlege nochmal bis zum nächsten Mal, ob wir da vielleicht einen Gast finden, der uns da ein bisschen was mehr zu erzählt. Dann laden wir uns da jemanden ein dazu, der vielleicht auch das mal vorstellt aus seiner Sicht. Den können wir auch von Anfang an dann dazunehmen, denke ich. Dann machen wir die Special DWA-Folge. Ja. Ansonsten, was machst du heute noch, ostermäßig? Was mache ich noch? Ich mache noch ein paar Arbeiten im und am Haus. Ja, und ansonsten denke ich mal, ich werde noch spazieren gehen und ein bisschen frische Luft tanken. Und ansonsten, ich habe eine richtig lustige Geschichte noch ganz zum Schluss. Also meine Verlobte und ich schenken uns halt immer was, auch zu Ostern. Also so ein kleines Nest und da ist eine Kleinigkeit drin. Und wir haben uns jetzt, wir sind jetzt insgesamt seit fünf, ne seit sechs Jahren schon fast zusammen. Und das Lustige ist, wir haben uns jetzt zum zweiten Mal das Gleiche geschenkt. Also nicht zu Ostern, das andere Mal war zu Weihnachten. Jeder hat den anderen das Identische geschenkt. Das war ein Film. Jeder will wissen, was ihr euch geschenkt habt. Ja, das war die... Fang aus, Lade, fang aus. Das war die Blu-Ray der Joker. Vielleicht hat den jemand schon gesehen jetzt in dem Kino, Ende letzten Jahres. Nee. Boah, ich habe gedacht, jetzt kommt was Spannendes, okay. Mit Joakim Phoenix. Nee. Ja, den wollen wir heute Abend dann wahrscheinlich noch schauen. Ja Mensch, das ist doch super. Was hast du denn jetzt noch vor? Ich gehe jetzt mit den Kindern spazieren, nutze das Wetter ein bisschen aus. Wir werden uns ein bisschen in der Sonne... Vielleicht nehme ich auch die Schaukel heute noch in Betrieb. Mal gucken, ob mein Schwiegervater sagt, dass der Beton fest genug ist. Ja, und ansonsten noch Sport machen heute Abend. Und natürlich für euch Helden da draußen den Abwasser-Podcast noch hochzuladen auf YouTube. Wenn ihr es jetzt hier hört, war wieder viel Arbeit. Aber hat Spaß gemacht, Daniel. War sehr angenehm. Ja, war sehr angenehm. Und die nächste Folge stellen wir natürlich wieder Anfang nächster Woche bereit. Und wir freuen uns natürlich auf ein Like und einen Daumen hoch und die Glocke an. Und was sonst muss man noch alles machen? Bei Insta-Face müsst ihr uns folgen. Und so weiter. Genau. Folgt uns einfach. Abonniert uns. Liked uns. Macht alles das, was wir selber nicht wissen, wie es geht. Das wird uns gefallen. Und wir sind an den letzten Worte. Pantheray. Alles fließt immer abwärts, Leute. Also, ciao. Ciao. Ciao.